Die beiden haben zusammen viel erreicht. Amira Pocher, 29, und Massimo Sinato, 41, lieferten in der aktuellen Letzt-Dance-Staffel Woche für Woche tolle Leistungen ab und begeisterten mit ihren leidenschaftlichen Tänzen Jury und Zuschauer gleicher. Doch ins Finale schaffte es das Tanzpaar dann überraschende Weisen nicht. Im Halbfinale schieden die beiden gegen Matthias Mester, 35, und Renata Lusin, 34, aus. Jetzt bedankte sich Amira bei Massimo für die gemeinsame Z. Du hast mich 91 Tage lang ausgehalten, mich trainiert, motiviert und ins Halbfinale gebracht, schrieb die Podcasterin emotional auf Instagram. Dazu teilte sie neben zwei Schwarz-Weiß-Bildern von sich selbst auch eine Aufnahme von Massimo und dem gemeinsamen letzten Tanz. Für die Zeit mit ihm und seine Unterstützung kann Amira den Profitänzer gar nicht genug würdigen, danke für und auch für Massimo waren die vergangenen Erfahrungen mit der Frau von Oliver Pocher, 44, etwas Besonderes. Wir haben gemeinsam deine Entwicklung erlebende und dein Tango gestern war neben deinem Magic Moment mein persönliches Highlight, teilte er auf seinem eigenen Account unter einem Tanzbild. Sein Schützling habe sich von einer Anfängerin zu einer echten Tänzerin entwickelt. Danke Amira, schloss der 41-Jährige seinen Post. Dies wird sichیاß, entsprechende Abkommen bei Lionsrägen ... Start 어 죄송. Aberะ